Hallo und willkommen zurück. Heute mit neuem Mikro. Ich hoffe man kann mich jetzt besser hören. Ich hoffe es wirklich, weil sonst bringe ich mich noch um. Weil es dann... Ich hoffe es wirklich, weil es ist dann wahrscheinlich auch dann viel angenehmer zu hören und auch besser zuzugucken. So, ich will auch nicht lange drauf loslabern, sondern gleich mal loslegen. Wie sind glaub... Wann... Was war denn jetzt nochmal? Geschichtlich. Ach ja, genau, der Ishii ist ja jetzt weg. Und unsere Tusse, Trishka Takanawa oder wie auch immer, ist jetzt auf unserer Seite, so wie es aussieht. Und ja, und dann werden wir mal loslegen, nicht wahr? Ja, ignoriere mich. Achso, in welchem Gebäude sind wir jetzt eigentlich? Sind wir jetzt schon gleich beim Commander? So viele Fragen. Und so wenig Antworten. Es ist wieder zu ruhig, finde ich. Viel zu ruhig. Und schon wieder gleich klettern. Free climbing. Nix. Wow, wow, wow. Oh, scheiße. Oh, fuck. Oh, oh, shit. Okay, schnuckel. Ich hab's nicht so mit dem Folgen. Super. Ein alter Hund lernt eben keine neuen Tricks mehr. So alt bin ich gar nicht. Ja, aber das mit dem Hund passt. Alt genug. In die Hocke gehen? Och, nee. Ist viel zu düster. Hoffentlich werde ich mir nicht in die Hose kacken. Ich mag diese engen Räume nicht. Ist das Angst in deiner Stimme, Prinzesschen? Nein, nein, verdammt. Man hört doch gleich, dass es das nicht gut ist, was wir hier machen. Ach, scheiße. Uh. Muni. Was hab ich eigentlich für Waffen? Ach, das Übliche. Ich glaub, auf so engen Räumen ist die Shotgun auch ganz gut. Oh, oh, Schock. Alter. Alter. Skipp's doch nicht. Wegen so einer Sche... Oh, wegen so einer Scheiße spiel ich keine Horrorspiele, eh. Oh, fuck, eh. Oh, was für ein Gestank. Ja, und es wird immer schlimmer, je weiter wir kommen. Es ist bescheuert, dass er mal die Waffe wechselt, wenn er spricht. Oh, Gott verdammt. Ich mein, sieh dir das an. Put your hands up, put your hands up, put your hands up in the air. Oh, ist das eklig. Boah, oh, Alter. Mann. Ich komm mit sowas überhaupt nicht klar. Das ist wahrscheinlich überhaupt nicht gruselig, aber... Ich krieg da immer voll die... Die Panik, Alter. Mann, ey. Okay, das ging jetzt. Okay, jetzt bin ich drauf vorbereitet. Das geht jetzt, eh. Alter. Oh, ihr kennt mich alle mal. Ich hasse sowas. Halt die Fresse. Oh, ich will hier schnell raus. Können wir noch zu Hause? Verdammt. Guten Tag. Oh, Suppe. Jetzt eine schöne Hühnersuppe. Das wäre echt geil. Was ist denn los mit den ganzen Leuten hier? Wo muss ich lang? Oh. Der schon wieder? Ist ja doof, eh. Trottel. Hör ich aber ja ernst, oder? Ich hab das Gefühl, ich sollte jetzt irgendeinen geistreichen Kommentar abgeben. Warum gerade jetzt? Ah. Das war jetzt wohl das schwerste Entkretel, den wir jemals gehabt haben. Es muss doch einen Weg geben. Wenn du einem Toten schon seine Patsche abnimmst, solltest du sie auch benutzen. Entschuldige mal. Wo bist du? Wo bist du? Hallo? Geist? Trischka? Was hat denn das jetzt gebracht? Ah. Da oben bist du. Ja, halt mal die Fresse. Und jetzt? Ach, das war's? Ich dachte, da kommen jetzt irgendwelche Viecher. In die Hocke. Was ist das denn? Höchste Luft. Wir sind fast draußen. Ich kann die Sonne spüren auf meiner Haut. Was war das jetzt? Gott sei Dank. Ja, angeschein. Du bist echt so ein Idiot. Geht, da muss ich nicht. Wie kommt denn das? Ja. Seid. Das ist die Welt. Da sind die Runde. Ich geh mal weiter. Da sind die Runde. Was ist das? Und die Runde. Aber das heißt ja nicht umsonst Ego-Shooter. Ohohoho. Oh. Ach, die Skulks. Hihi. Eieiei, sind die stärker geworden oder kommt mir das bloß so vor? Haha, das ist ja cool. Noch einer? Aber ich glaube, ich kann die auch einfach treten, dann spare ich auch Money. Joa. Was ist das? Werbend. Werbend. Na, oba. Ohohoho. Ohohoho. Yeah. War alles geplant. Nein, da lang, da lang, da lang. Boah, scheiße. Boah, nicht schon wieder. Die Viecher gehen mir auch auf den Sack. Ich glaube, ich verdrück mich mal kurz. Hilfe, 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 Hilfe. Alter, was trifft mich denn hier die ganze Zeit? Das ist doch nicht cool. Okay, jetzt ein bisschen Konzentration. Ja, wie Rucksack? Ohohoho, shit, 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 shit. Aber ich könnte vielleicht... Ich kann die Dinger treten? Ist ja geil. Warum sagt mir das keiner? Oh. 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 Aua. Komm her. Oh, scheiße. Das gibt's doch nicht. Wir sind das erste Mal gestorben. Applaus. Ach, verdammt. Was ich grad sagen wollte, äh, das Spiel ist mir gerade abgestürzt. Ich hoffe, es funktioniert noch. Keine Ahnung, wieso das grad passiert ist. Wir spielen einfach weiter. Das erste Mal gestorben, ey. Verdammt, ich dachte, ich schaff das ohne zu sterben. Nein, natürlich nicht. Das war irgendwie klar. Okay. Puh. Jetzt nochmal Konzentration und jetzt schaffen wir das. Hoffentlich. Verdammt. Ich werde diesmal auch etwas vorsichtiger spielen. Hä? Wo ist denn der hin? Der war hier doch grad. Hä? Das freut sich jetzt überhaupt nicht. Jetzt bin ich doch ein bisschen angespannt. Achso. Chirurg. Okay. Puh. Jetzt nochmal kurz tief Luft holen. Und das schaffen wir. Versorgungskapsel? Irgendwo ist hier noch einer. Gute Nachts. Verdammt, verdammt, verdammt. Es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Okay, jetzt kommt der Dicke. Ah, hier ist eine Kapsel. Super, dann kann ich ihm Ladung enthoffen. Habe ich gar nicht gesehen. Kann man jetzt wirklich die Ladung freischalten? Super. Super. Alter, mit der Ladung machen wir den jetzt fertig. Ladungskapazität. Scheiße. Dammit. Jetzt habe ich aus Versehen, die Ladungskapazität maximiert. Ach, Menno. Heute ist echt nicht mein Tag. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie ist heute Kacktag. Fuck. Okay. Oh yeah, Baby. Komm bitte her. Komm bitte her. Komm bitte her. Yeah. Ha. So muss das gehen. Und jetzt nochmal mit der. Was, daneben? Nee. So einfach kann das gehen. Und ich, Trottel, brauche dafür so lange. Okay. Ich habe jetzt Angst, dass ich jetzt nochmal abkacke. Aber es scheint ja doch zu funktionieren. Ey, die Ladung ist cool bei der Shotgun. Das macht echt Spaß. Finde ich schön, dass jede Waffe so ihre eigene Spezial-Munition hat. Kann, kann man echt sich freuen dabei. Echt. Echt ein zäher. Achso, was ich mal machen wollte. Was ich ausprobieren wollte. Geht das? Hintereingang. Genau. Das wollte ich mal ausprobieren. Da hat mich jemand drauf angesprochen. Dass ich das mal ewig machen sollte. Puh. Okay. Muni, haben wir noch. Ich spare mal. Hallo. Und weiter geht's. Dreie Tage später. Verdammt. Jej.